Heute ist der erste Montag des Jahres. Ich wünsche Ihnen und all Ihren Lieben fürs neue Jahr so viel Gesundheit wie nötig und so viel Glück wie möglich und komme damit auch schon zur ersten Montagsfrage 2015. Die ist mir eingefallen, als ich zwischen den Tagen ein wenig in mich gegangen bin und sie lautet, wer ist eigentlich schuld an allem Elend dieser Welt? Und so kompliziert und komplex diese Frage zu sein scheint, so einfach und verblüffend ist die Antwort. Denn schuld an allem Elend dieser Welt bin ich. Denn erstens bin ich Raucher. Das heißt, ich habe durch die Befriedigung meiner krankhaften Nikotinsucht nicht nur hunderte, tausende von Passivrauchern auf dem Gewissen. Nein, ich bin auch noch verantwortlich für den langfristigen Ruin des Gesundheitssystems. Außerdem finanziere ich mit der von mir entrichteten Tabaksteuer die Dauerbaustellen auf deutschen Autobahnen, die Subventionen für die klimafeindlichen Kohlekraftwerke und die verfassungsfeindlichen Auslandseinsätze der Bundeswehr. Und als wäre das nicht schon verwerflich genug, gehöre ich auch noch zu den asozialen Elementen, deren Bodymassindex nicht dem von den Gesundheitspolizeibehörden vorgeschriebenen Sollwert entspricht. Kurzum, ich bin so dreist, etliche Kilo Übergewicht mit mir herumzuschleppen. Aber statt dass ich mich ab sofort auf dem Kosttrainer festschnalle, um all die gesundheitsschädlichen Kalorien abzuarbeiten, leg ich mich lieber aufs Ohr und mache ein kleines Nickerchen. Darüber hinaus bin ich auch noch dafür verantwortlich, dass die Deutschen aussterben, bzw. die Alterspyramide mangels stabilen Fundaments kurz vor dem Einsturz steht. Denn ich habe keine Kinder. Ja, ich weiß, ein derart egoistisches Element wie ich verdient eigentlich die Höchststrafe. Das heißt Zettel um den Hals, auf dem all meine asozialen Verfehlungen und gesellschaftsfeindlichen Todsünden notiert sind und dann ab dahin, wo die Sündenböcke hingehören, in die Wüste. Und dabei habe ich ihm das Schlimmste noch gar nicht geweichtet, denn ich bin nicht nur kinderloser, übergewichtiger Raucher, nein, ich bin auch, und jetzt halten Sie sich gut fest, ein überzeugter Befürworter der multikulturellen Gesellschaft. Das heißt, ich liebe es, in einem Land zu leben, in dem Menschen aus der ganzen Welt ein Zuhause finden, ihre eigene Sprache sprechen und ihre kulturellen Eigenarten ungehindert in den Alltag einbringen. Na, habe ich Ihnen zu viel versprochen, aber ich werde versuchen, mich im neuen Jahr zu bessern. Schon morgen lasse ich mich zwangseinweisen in ein Fitnessstudio mit angeschlossener Nikotinentzugsanstalt. Und da verderbe ich mir den Appetit und studiere das Parteiprogramm der AfD. Denn jetzt mal ehrlich, wer will schon gerne schuld sein an allem Elend dieser Welt? Ich auf jeden Fall nicht.